Mini-Boss erledigt. Teleportationsruhne. Diese permanente Rune ermöglicht es dir, Teleportationsmonolithen zu benutzen. Was auch immer das ist. Ich glaube die Kitzlsakophage oder Massagesakophage. Ah, Kitzlsakophage definitiv. Geil! Permanent. Und das ist so eins. Wette ich alles mit dir. Holy moly ist das geil. Alter Schock. Richtig scharf. So, was ist jetzt mit dir? Nein, warte mal. Hallo. Jetzt ist er nicht mehr da. Hm. Gleich wollte ich den überlappen. Ich habe es geschafft. Wir haben tatsächlich jetzt einen Fortschritt für das gesamte Spiel erreicht. Was mich natürlich sehr erfreut. Ich würde jetzt wissen, wo das andere Ding hingeht. Teleportationsmonolithen. Piuuuu. Wow. Keine Ahnung, wo ich da bin. Aber... Das ist auch ungeil. Hey, die kenne ich schon. Berndfalle. Zwei. Warte mal. Ja, nein. Egal. Oh. Ja. Das tat gut. Ab in die Gefängnisdächer. Aber... Jetzt schauen wir uns noch ein bisschen um. Weil da ist noch ein Bereich, den ich nicht erkunden konnte, weil da ist auch nirgends ein Monolith. Aber... Jetzt kann ich mir das Pergament der Macht leisten. Das ist gut. Und das werden wir machen. Definitiv. Hergament der Macht. Danke. Tschüss. Brutalität. Überleben. Hey, mein Schild. Und viele Gesundheitspunkte. Also ab damit. Danke. Ups. Wie ungeschickt. Ja. Ich denke... Aus Erfindung. Ja. Ich weiß. Dankeschön. Verschwinde. Weg. Jetzt können wir wieder Zellen eintauschen. Entwürfe hergeben. Ach, herrlich. Hallo. Medizinfiole 3. Der Heilkant. Ja, okay. So. Zufälliger Einsteiger-Schild. Das haben wir angefangen. Also machen wir es auch weiter. Komm. Ja, so mag ich das. Perfekt. Dankeschön. Wir sehen uns wieder. Potitionen. Ein. Gut. Warum kann ich denn nicht? Das kann ich nie wieder nehmen. Das habe ich am Anfang benutzt. Und kann es nie wieder verwenden. Ah, so eine Scheiße. Verdammt. Ja. Bist du. Hört man mich jetzt besser? Ich denke ja. Ah. Damit. Kombo. Fertig. Dankeschön. So. So. Reden kann man auch mit dem Drücken. Mit dem. Mit dem. Ah. Medizinfiole wurde auch aufgefügt. Das ist ja nett. Das ist ja sehr nett. Und ab geht's. Cool. Und jetzt ab in die. Auf die Gefängnisdächer. Da bin ich letztes Mal kläglich. Kläglich gescheitert. So wie beim Sprechen. Weiter bin ich noch nie gekommen, glaube ich. Hallo. Hey. Zaubertrotto. Trakt dir überhaupt irgendwer? Nein. Wahrscheinlich nicht. Hallo. So geht das gerade. Hallo. Hey. Hey. Das ist gemein. Gut. Wohin? Okay. Da gibt es eigentlich einen Gegner. Und jetzt? Angst. Angst. Warum gehst du da runter und dann nicht mehr weiter? Nein. Nein. Definitiv nein. Und bei dir? Und bei dir so? Was ist da? Ich bin halt immer hinten. Ich bin halt immer für Brutalität. Wir bleiben bei Brutalität. Definitiv. Ich will euch relativ schnell ausschalten, bitte. Nein. Ich brauche mich nicht runter. Ey. Okay. Ja. Mit dem kann man arbeiten. Okay. Ähm. Runter. Runter. Ähm. Ähm. Mal wieder. Ich will Upgrades. Upgrade. Upgrade. Mal wieder. Mal wieder. Mal wieder. Mal wieder. Nichts besonderes dabei. Okay, weiter geht's. Hallo. Oh. Wow. Ich bin zu brutal für diese Welt. Wow. Wow. Freude. Das macht wirklich Freude. Ah, geil. Hey, Entwurf. Unterstützung. Coolio. Hallo. Es geht gerade so gut voran. Das ist ein Wahnsinn. Hey, hallo. Diesmal da 3 Punkte drauf. Vorher die Tür, die hat nur 2 Punkte. Und ich habe keine Ahnung warum. Wobei es... Aha. Äh. Belassen. Abwärts. Wie würde ich das übernehmen? Schwarze Brücke. Du gehst schon ins nächsten Bereich. Gar nicht schlecht. Gefällt mir. Gefällt mir gut. Aber... Ich würde gerne noch weiter erkunden. Und das werden wir auch machen. Vielleicht gibt's Updates. Bitte kein Endgegner, der mich jetzt instant killt. Hey, schau. Hallo. Nur ein Pfeil hat das Ziel getroffen. Mitten in den Kopf. Ja, das ist... Wie auch immer was es ist. Keine Ahnung. Ausrüstung. Ein Vorrat an Bügen und Pfeilen. Hm. Alter. Doppelbogen. Drei. Mein Schild. Topferbrennen. Zwei Pfeile. Ah. Ich mag mein Schild so gern. Wir verwerten dich. Ist leider so. Schiedsübungen. Am lebenden Ziel. Nein. Das war drüben wahrscheinlich der Fall. Ah. Ich dachte man kann auf dieser Stange da gehen. Hey Kurt. Hallo. Das ist doch nicht ganz kaputt. Sie sind ja doch etwas gemütiger als... Ja. Warte. Funktioniert. Shut up. Wow. Das ist so ein Elite-Wichser. Das ist so ein Elite-Wichser. Geil. Richtig. Geil. Sophia Amulett. Vielleicht vom Ausweichen eine Bombe. 33 Schaden. Wow. Erhalte nicht nur eine Zelle, sondern auch Gold. Wow. Gegen. Sophia Amulett 1. Wow. 5 gegen 1. Wahrscheinlich ist es 5 besser. Mhm. Also. Das verwerten wir. Das verwerten wir. Eine goldene Bärenfalle. Oh Gott. Ist das geil. Ja das nehmen wir. Ist egal. Wir nehmen es jetzt statt einen Sehnenschlitzer. Sicher. Das passt. Und den verwerten wir jetzt direkt. Und dann schauen wir was passiert. Sterbt ihr als alle? Ich hoffe es doch. Ja ähm. Ja. Alter Fleischspieß. Cool. Ich habe den Endgegner dieses Bereichs getötet. Leider hat es keine permanente Rune gegeben. Aber das war ja kein Endgegner. War nur so eine Art mini Scheiß. Tut's. Tut's für mich. Gut. Das war's anscheinend hier in dem Bereich. Okay. Okay, ich glaub das war's mit äh, gänzlich den Bereichen. Richtig? Richtig. Richtig. Noch mal? Nein, da oben könnten wir doch noch weiter gehen. Also... Das werden wir in dem Fall auch machen. Oh ja. Komm, komm. Das hilft ja eh nix. Da müssen wir durch. Wenn's da noch einen Endgegner gibt. Zimmts mich ihm. Ah, wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. Okay bitte, Herrs, du blöde Sau. Ich... Ja. So funktioniert das. Entschuldigung. Die Kraftausdrücke. Naja, eigentlich nicht. Es bin halt nicht. Nee, nix. Hallo. Willst du angreifen? Komm. Dona. Mit dem hast du jetzt nicht gerechnet, gell? Tja, ja. Man kann auch eine Parade parieren. Paradieren, nennt sie das. Ja. Ja. Ja, langsam. Bitte. Das macht Spaß, Anna. Hallo. Bärenfall, ey. Tschuuu. Hey. Weinst du? Ich hätte jetzt 21 Zellen. Und jetzt werden wir uns definitiv wieder aufrüsten. Ich hab nicht mehr Angst. So, was ist da? Tür. Mal wieder. Nichts. Gut. Hallo. Angst. Sehr viel. Oh, nachlaufen. Haha. Die Kiste gibt's nicht in jedem Level. Was bist du? Nussknacker. Vier. Sehr viel Schaden. Betäubt Silly, deren Gesundheit über 75% betrieb. Ein schwarnbissiger Würmer krabbelt aus deinem Opfer. Was? Ich will das ausprobieren. Komm. Nein. Ausprobieren, hab ich gesagt. Ja. Geil. Unbedingt. Warte mal. Was hast du? Das 246. Doppeltorchi 3. Nussknacker 4. 246. 244. 255. Ja. Ist nix. Das. Ausprobieren, ausprobieren. Wir müssen ja ausprobieren. Das hilft uns eh nix. Doch, jetzt ist das so. Nein, nein. Nein, nein, mein Freund. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Komm. Hey. 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 Cool. Hey. 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 überleben bringt uns auch mehr gesundheitspunkte also ab damit nicht so viel gesundheitspunkte gehabt ich bin der gesundheits könig schon sicher irgendeine art feuer da gibt es sicher wieder fähigkeit die das freischaltet dass ich da rein kann zurzeit kann ich es leider nicht vielleicht macht der endgegner das jetzt ich hoffe es gibt einen ich hab da werde ich dezent sterben und jetzt denke ich na da komm her herrlich gut lila wird zurzeit nichts bringt also nichts überleben ja überleben einfach überleben so geil herrlich ja im leben weiter du schweinehund du blöder boah das hat mir gesundheit kostet lecker boah das ist schon ein böser schweinzger wirklich und ich weiß nicht ob du den sprung schaffst schaffen wir den sprung hopp hopp jawohl herrlich boah das ist unendlich groß das ist noch nicht die decke da boah das ist noch nicht die decke da so 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 jetzt macht das spiel mehr spaß So, wir hatten zwar jetzt schon einen Elite-Krieger. Oh, hallo. Gut, kennen wir, kennen wir, kennen wir, brauchen wir alles nicht. Wir haben zur Zeit echt cooles Equipment. Aber schön, dass wir wissen, dass du auch da bist. Denn wissen ist in dem Fall wurscht. Ja, da, weiter. So. Und hopp, hopp. Wie kann die eigentlich theoretisch? Theoretisch. Könnte man die Türen... Komm, nein. Kann man mal öffnen auch. Hey. Hast mir wehgetan. So, und ich glaube, ich bin jetzt am Ende. Also, am Ende, at the end of the road. Ich glaube, da gibt es wirklich nicht mehr viel mehr. Schau mal. Ja, nein. Da gibt es was. Aber da komme ich nicht hin. Weil da ist dieser Boden, den ich nicht durchdringen kann. Ja, macht ja nichts. Ähm, da unten war doch... War das noch nicht? War das nicht? Ah, hier. Zur schwarzen Brücke. Waren wir noch nie. Freue mich drauf. Wird lustig. Wie weiter wir kommen, desto mehr Zellen bekommen wir. Also, pro Level. Es progressiviert. Bitte, hör auf, was ich sag. Hallo. Und jetzt, der zufällige Einsteiger-Schild. Geht sie zwar noch nicht aus? Aber egal. Wir sind kurz davor. Die Runde ist lustig. Hey. Noch eine Mutter... Mutter... Mutter-Wazio. Effizient. Necromantie. Ich glaube, wir werden die Necromantie nehmen. So, Heiltränk auffüllen. Gesundheit auffüllen. No, 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 no. Lack auf. Jetzt ab zur schwarzen Brücke. Ich werde so sterben jetzt. Finally, ein Moment of Rest. Bist du sicher? Bist du sicher? Ich glaube das nicht. Ich glaube, das ist ein Fulldash hier entgegner. Oh, ich siehst du schon hier entgegner. Wieso wird der Tölpel nicht hin? Wow. Du bringst mich noch ins Grab, du Arsch. Wurms. Dings Arsch. Finally, ein Moment of Rest. Ich werde dir gerne einen Moment of Rest geben. Was ist denn mit der Lass? Hörst. Ich werde dir gerne einen Moment. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020